Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es die Juli-Gestaltung für mein Juli-Budget. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf und bleibt dran. Es gibt auch wieder eine kostenlose Kalendervorlage, also wenn ihr die haben wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Dann verrate ich euch, wie ihr die Kalendervorlage erhaltet. Ich habe mich dazu entschieden, dass mein Sommerbudget schön in Pastellfarben werden soll. Ob mir das auch gelingt, das werdet ihr auf jeden Fall im Laufe des Videos sehen. Und ich habe mich auch dazu animiert, einfach mal meine Reste zu benutzen. Denn immer, wenn ich meine Gestaltungsvideos mache, schmeiße ich die restlichen Designpapiere nicht weg, sondern hebe mir die, die noch eine ordentliche Größe haben, auf jeden Fall auf. und denke mir immer so, ja, die benutze ich dann irgendwann nochmal. Naja, die letzten drei Jahre habe ich immer neues Designpapier benutzt und habe nie das gebrauchte, kleingeschnittene Papier genutzt. Aber ich dachte mir, heute wird alles anders, heute machen wir es endlich mal. Und deswegen habe ich alles ausgekramt und habe auch tatsächlich einiges gefunden, was die richtige Farbe hat. Und das habe ich heute dann genutzt. Ja, die Kalendervorlage für den Juli erhaltet ihr wieder kostenlos. Dafür guckt ihr einfach mal in die Infobox und dort versteckt sich dann ein Link. Naja, nicht wirklich verstecken, aber schaut da einfach mal rein. Dort ist ein Link, den könnt ihr ganz einfach nutzen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst die Datei downloaden und einen eigenen Drucker haben und das Ganze ausdrucken. Oder natürlich, ich weiß nicht, bei der Arbeit oder im Copyshop ausdrucken lassen. Dann könnt ihr das selber benutzen. Mein Tipp wie immer, ich benutze Stickerpapier. Das ist ganz günstig von Amazon gekauft und habe ich jetzt einmal gekauft und nutze ich seit bestimmt zwei Jahren jetzt schon für die Kalendervorlagen, aber auch für die Überschriften. ist ein bisschen flexibler als ein DUMO-Gerät, also ein Etikettierer, denn man kann bei Word beispielsweise jede erdenkliche Art von Schrift nutzen und ist dann nicht so eingeschränkt in der Schriftart. Denn mit meinem DUMO kann man tatsächlich nur eine einzige Schriftart nehmen und da jetzt nicht irgendwie wechseln zwischen verschiedenen Schriftarten. Deswegen mag ich das ganz besonders und genau, das ist ein kleiner Tipp von mir. Wie immer an euch, aber wenn ihr mir schon länger folgt, dann kennt ihr den Tipp auf jeden Fall schon. Ja, meine Budgetseite für, also die Deckplatzseite sozusagen für den Juli ist auf jeden Fall fertig. Da habe ich jetzt nicht viel gemacht. Wenn ich das jetzt so im Video sehe, sind die Teile tatsächlich alle relativ unterschiedlich groß. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, stört mich das extrem. In echt war das gar nicht irgendwie so präsent, dass die Teile relativ unterschiedlich groß und auch ein bisschen schräg aufgeklebt worden sind. Vielleicht ändere ich das ja nochmal. Aber jetzt im Video habe ich es erstmal so gelassen, weil es mir da tatsächlich nicht aufgefallen ist. Und genau, den Juli-Sticker habe ich aus irgendeinem Stickeralbum, was ich irgendwie zu Hause rumfliegen habe. Woher, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die Sticker, ich habe mal von euch ein Paketchen zugeschickt bekommen. Und ich habe aber auch von Teddy, glaube ich, relativ viele Sticker damals gefunden und gesucht. Woher ich jetzt aber genau diesen Juli-Sticker habe, weiß ich nicht mehr. Die Ausgaben-Sticker, also diese goldenen Sticker-Buchstaben, die habe ich von Teddy. Die gibt es auch woanders. Bei Teddy sind sie nur extrem, extrem günstig im Gegensatz zu anderen Läden. Zumindest da, wo ich sie immer gefunden habe. Auf der rechten Seite ist wieder meine Ausgabenseite. Das heißt, meine Abschlussseite. Ich habe da jetzt Ausgaben hingeschrieben. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich habe ich geträumt. Denn eigentlich ist es meine Abschlussseite. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Und dort schreibe ich dann am Ende des Monats alles hin, was ich an Ausgaben hatte und was ich an Einnahmen hatte. Und dann schaue ich, was bleibt eventuell noch übrig. Denn ich nehme kein Budget mit in den nächsten Monat, sondern verplane das dann immer, was noch am Ende übrig ist. Wenn noch was übrig ist, dann am Ende des Monats und starte mit Null in den nächsten Monat. Das kann man natürlich auch ganz individuell anders machen. Also man kann natürlich auch den Rest vom Monat mit in den nächsten Monat nehmen und hat dann so einen kleinen Puffer. Wenn das Budget gering ist, also man weiß, okay, man hat jetzt vielleicht nächsten Monat ein bisschen weniger, weil warum auch immer vielleicht große Rechnungen anstehen oder so, dann würde ich, glaube ich, die Option, ich übernehme das mit in den nächsten Monat mit ein Machen. Dann würde ich das, glaube ich, nicht verplanen am Ende des Monats, sondern würde das dann mit rübernehmen. Aber ja, das muss, also würde ich immer individuell entscheiden. Bisher habe ich das immer so gemacht, dass ich das komplett aufgebracht habe. Auf der nächsten Seite, ich versuche immer so ein bisschen neue Sachen zu machen, was die Gestaltung angeht. Momentan nicht, was der Inhalt der Gestaltung ist, aber so das Optische. Und hier habe ich mir gedacht, anstatt, dass ich die bargerecht mache, mache ich diesmal senkrechte Streifen vom Washi-Tape, um einfach so ein bisschen die Kosten und das Gesamtbudget und so weiter hervorzuheben. Bei dem rosanen Balken, da ist dann quasi mein Gehalt, also alles, was ich an Einnahmen habe in dem Monat. Da rechne ich übrigens am Anfang des Monats immer nur mit meinem normalen Gehalt. Und die zusätzlichen Einnahmen, wie über Umfrage-App oder wenn ich etwas verkaufe, das schreibe ich dann erst am Ende des Monats hin. Und das berechne ich auch noch nicht mit in meinem Budget. Denn das Geld habe ich ja noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viel, also am Anfang des Monats, wie viel ich da am Ende des Monats haben werde. Es gibt ja auch mal Monate, da habe ich gar keine zusätzlichen Einnahmen oder wirklich sehr, sehr geringe Einnahmen. Deswegen rechne ich hier immer mit meinem Gehalt. Aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Oben, wie gesagt, mein Gehalt, mein Budget. Danach kommen meine Ausgaben, meine Fixkosten, die die jeden Monat gleich sind, bis auf Paar-Budget und Sinking Funds 1. Aber wir werden demnächst dann, also im nächsten Video, meine Kosten und so weiter füllen. Also das machen wir in der Budgetplanung. Im nächsten Video, jetzt geht es ja erstmal nur um die Gestaltung. Bei Woche 1 bis Woche 4, bei den wöchentlichen Übersichten, geht es nicht darum, wie viel Ausgaben habe ich in einer Woche. Das habe ich mal versucht zu machen, mochte ich aber irgendwie nicht so ganz. Hat mir nicht so viel gebracht irgendwie. Ich weiß, dass viele von euch die Wochenbudgets machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Wochenbudgets macht und warum ihr euch dafür entschieden habt. Ich fand es immer so ein bisschen blöd, weil Wochenbudgets, dann hat man in einer Woche 200 Euro vielleicht. Und in der nächsten Woche auch. Aber wenn man irgendwie in einer Woche dann doch mal groß shoppen war und 300 Euro Ausgaben hatte, dann hat das Wochenbudget nicht gereicht. Zum Beispiel, jetzt sage ich einfach mal als Beispiel, ich habe mich damit ein bisschen eingeschränkter gefühlt. Ja, naja. Auf jeden Fall bin ich dabei geblieben, das Monatsbudget zu machen. Mir gefällt es super. Und ja, ich komme damit super zurecht. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung, wie ihr das Ganze macht. Auf der nächsten Seite kommen dann meine Spartöpfe hin. Also meine Thinking Funds 2. Ich nenne sie aber mittlerweile nur noch Spartöpfe. Und ja, da habe ich ja ein bisschen weniger als letztes Jahr. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind trotzdem noch zu viele. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele Spartöpfe habt ihr denn? Die Spartöpfe sind ja meine langfristigen Ziele, wie zum Beispiel bei Sparziel 1, ein neues Auto. Aber auch weniger langfristige Ziele, wie zum Beispiel Geschenke. Da hat man ja monatlich oder alle zwei, drei Monate Ausgaben. Aber trotzdem spare ich schon mal, wenn ich jetzt beispielsweise weiß, im Juli haben zwei Leute Geburtstag und mein Geschenkespartopf ist momentan ausgeleert, dann weiß ich, okay, ich muss da ein bisschen mehr Fokus drauflegen auf das Geschenkebudget und spare dann im Juli zum Beispiel mehr in Geschenke als in Kleidung, weil ich beispielsweise in den letzten Monaten schon oft Kleidung gekauft habe. Da brauche ich jetzt nicht so viel Geld. Also das gucke ich tatsächlich immer individuell. Und die Hochzeit, ich habe sie nochmal mit aufgeschrieben, aber wir haben jetzt fast alle Rechnungen. Es fehlt noch eine Rechnung und da weiß ich auch tatsächlich noch nicht, wie hoch sie genau ist. Das ist die Blumen, die wir bestellt hatten quasi oder die für uns gefertigt wurden, wie der Blumenstrauß, also mein Brautstrauß. Die Dekoration von Blumen hatten wir ein bisschen was. Da gab es ja nur so eine ungefähre Rechnung. Wenn die dann aber da ist, also ein ungefähres Angebot, aber wenn dann die Rechnung da ist, dann wird auf jeden Fall das Hochzeitsbudget abgedreht. Ja, und ich habe tatsächlich auch schon fast alles an Dekoration verkauft. Da bin ich auch richtig glücklich drüber. Und dann kommt der Hochzeitsspartopf natürlich hier raus. Eventuell wird dann der Zukunftsspartopf wieder reinkommen oder Babywunsch oder sowas. Aber das hat auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Zeit, aber der kommt wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder mit rein. Den hatte ich ja dieses Jahr rausgenommen, weil der Fokus auf jeden Fall erstmal auf der Hochzeit lag und ich deswegen meine Spartöpfe so ein bisschen reduzieren wollte. Ja, das ist eigentlich so die Seite. Unten sind nochmal die Sparchallenges. Dieser Monat hat vier Freitage oder vier Sonntage. Deswegen werde ich viermal Sparchallenges spielen und freue mich da schon richtig drauf, weil im Juni haben wir nicht so viele Sparchallenges gespielt, weil wir ja auch im Urlaub waren, die Hochzeit anstand und so weiter. Deswegen werden wir im Juni nur einmal Sparchallenges spielen. Da wird es auch keine monatlichen Abschlüsse geben oder so, sondern wirklich nur einen Monatsabschluss, wo ich alle Ausgaben mit euch teile und alle Einnahmen. Und genau, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn im Juli das Sparen wieder in den Sparchallenges losgeht. Und ich möchte auf jeden Fall demnächst ein neues Sparspiel rausbringen. Und da freue ich mich auch schon, denn dann haben wir vielleicht noch so ein zweites Sparspiel zum Money Street, weil ich ansonsten nur Sparchallenges habe, so in der Hinsicht. Ja, da gucke ich mal, wann das demnächst kommen wird. Und es gibt auch wieder die kostenlosen Sparchallenges. Ich versuche es monatlich. Genau, da könnt ihr dann die ganzen Sparchallenges wieder monatlich runterladen. Ich kann euch ja mal meine Playlist mit den Sparchallenges, die ihr kostenlos downloaden könnt von den letzten Jahren, auf jeden Fall unten verlinken. Da gab es bestimmt auch schon 15 bis 20 Stück. Ich will jetzt nicht lügen, aber auf jeden Fall eine Menge. Vielleicht ist da ja was Cooles für euch dabei. Dann könnt ihr euch das da auch kostenlos downloaden und vielleicht die ein oder andere Challenge davon auch mal starten. Ihr könnt ja gerne mal Ideen für monatliche Sparchallenges unten in die Kommentare schreiben. Und dann schaue ich mal, was ich davon vielleicht noch nicht habe und was für den Monat August passen würde. Dann kommt nämlich im August auf jeden Fall wieder eine kostenlose Sparchallenge. Vielleicht irgendwie, also trinken zum Beispiel hatte ich ja schon. Bewegung habe ich eigentlich auch schon gehabt. Ich weiß nicht, was... Und mit gesund essen hatte ich auch schon. Vielleicht mache ich einfach nochmal neue Designs von den Challenges. Bin mir da irgendwie unsicher, weil ich irgendwie schon so viel hatte an den kostenlosen Sparchallenges. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine mega coole Idee für den August. Schreibt es mir auf jeden Fall unten rein. Und dann kann ich da eventuell mir die eine oder andere Idee von euch mobsen. Dann können wir da so ein gemeinschaftliches Ding daraus machen. Diesen beiden Doppelseiten hier sind meine variablen Kategorien, was meine eigenen Ausgaben angeht und auch was das Paarbudget angeht. Beim Paarbudget, auch wenn wir jetzt geheiratet haben, haben mein Mann und ich weiterhin getrennte Konten. Das wird sich vielleicht ändern, aber momentan ist es auf jeden Fall noch so. Wir haben aber ein gemeinsames Konto für Lebensmittel. Eines für gemeinsame Anschaffungen. Also das heißt bei uns Sparpaar. Und... ne, Paar... doch, Sparpaar, genau. Und dann die Drogerie. Das sind so die einzelnen Budgets, die wir zusammen haben. Und ansonsten teilen wir uns, wenn wir irgendwas gemeinsam anschaffen, und nicht aus diesem Budget bezahlen, entweder teilen wir uns das Geld oder wir wechseln uns einfach ab. Einmal bezahlt er, einmal bezahlt ich. Eventuell macht es Sinn, nochmal so ein Restaurantbudget einzuführen, was wir gemeinsam haben, aber das haben wir momentan noch nicht. Könnte ich mir eigentlich mal vorschlagen. Weil das meiste, was ich an Restaurantsausgaben habe, und ich glaube auch er, haben wir einfach gemeinsam. Und wenn wir da irgendwie sagen, okay, Anfang des Monats, packen wir da Betrag X rein. Ja, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Kann ich mit ihm ja mal absprechen. Vielleicht haben wir dann demnächst ein viertes, ja, gemeinsames Budget, was im Paarbudget auftaucht. Das war es eigentlich schon zu meiner Gestaltung. Ich bin tatsächlich mit dem Washi-Tape nicht ganz so zufrieden, mit diesen Blumen. Es ist irgendwie zu viel. Im Video sieht es nochmal mehr aus als in echt. Also im echt sieht es ein bisschen dezenter aus. Hier im Video kommt es ein bisschen stärker raus, die Farben. Aber es ist sehr viel los irgendwie auf der Seite, finde ich. Aber ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Gestaltung. Und ich werde gleich nochmal ein paar Worte zu sagen, was meine Lieblingsseite ist und so weiter und so fort. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Meine Budgetgestaltung für den Monat Juli ist nun fertig. Diesmal auch ein bisschen zeitiger als sonst. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich muss sagen, mir gefällt sie wieder sehr, sehr gut. Hier hinten ärgere ich mich. Vielleicht ändere ich das auch nochmal. Aber dann müsste ich auch die Sticker nochmal neu ausdrucken. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Mir ist das hier so ein bisschen zu grell. Also in der Kamera sieht es nochmal krasser aus als in echt. Das hier ist mir irgendwie zu grell, weil ich so ein bisschen eigentlich mehr in dem pastelligen Tönen bleiben wollte. Und ich finde, dadurch, dass das so grell ist, kommen dieses Washi-Tape und das hier oben nicht mehr so gut zur Geltung, welches ich nämlich so besonders schön finde. Deswegen vielleicht ändere ich das tatsächlich auch nochmal ab. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Budgetgestaltung für den Monat Juli. Wie immer die Frage, welche Seite gefällt euch am besten. Meine Lieblingsseiten sind die erste und die zweite Seite auf jeden Fall. Ja, lasst es mich einmal in den Kommentaren wissen. Gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Dadurch, dass so wenig kam in letzter Zeit, würde das dem Algorithmus mega, mega gut tun. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Leute meine Videos erreicht. Und dadurch, ja, vielleicht in dem... Habe ich das hier falsch geschrieben? Ausgaben? Ne, das sieht so komisch aus in der Kamera. Ja, wenn es vielleicht mehr Leute erreichen würde und ich den Leuten oder euch damit helfen kann, dann, ja, ein bisschen Geld zu sparen, ein bisschen besser zu haushalten mit den Geldern und so weiter. Genau. Also das ist auf jeden Fall meine allerliebste Seite. Danach kommt diese Doppelseite hier und zum Schluss die, weil ich das hier einfach nicht so schön finde irgendwie. Naja, egal. Nächsten Monat kann ich dann wieder eine andere Gestaltung machen. Was mich auch nochmal interessieren würde, es gibt ja diesen Monat wieder die kostenlose Juli-Vorlage. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, welche Farbe der August werden soll. Denn den habe ich noch nicht vorgeplant. Also den gibt es noch nicht. Den muss ich noch demnächst gestalten. Und vielleicht kann ich aber euch die ein oder andere Inspiration noch wegholen. Und ja, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, es geht um die Budgetplanung für den Juli. Und bis dahin, meine Lieben. Tschüss.